Das kommt auf allen Ebenen vor. Unliebsame Gäste von Ulf Montanus. Es gibt Gäste, die verhalten sich nicht aufs Beste und haben die Bedeutung des Wortes Gast wohl auch nicht erfasst. Obwohl sie sind eingeladen, wollen sie noch mehr vom Gastgeber haben. Sie stellen hohe Ansprüche an Getränke und Küche und fordern frech diese ein, zahlt der Gastgeber sie doch allein. Gute Gastgeber versuchen, ihre Gäste zu erfreuen, doch sollten sie dieses auch nicht bereuen. Deswegen trenne man sich schnell von unliebsamen Gästen, bevor diese die Stimmung des Zusammenseins verpesten.